Die skurrile Party beginnt um 5 Uhr nachmittags. Eva Wilschinski zum Beispiel ist eine Filmemacherin aus London. Einmal im Jahr kommt die Familie Jackson hier an die Côte d'Azur. Für 3000 Dollar pro Nacht kann man die Villa Oxygen mieten. Schnäppchen. Sie wurde von einem der bekanntesten Architekten Frankreichs gebaut, Jacques Coel, ein Freund von Pablo Picasso. Die Villa gehört Richard Nielsen, einem engen Freund der Familie Jackson.